Hallo meine Lieben, es ist Samstag und heute ist mal wieder der Friseurbesuch dran. Ihr wisst, ich gehe zu Achmed. Ich bin gespannt, was er sich heute einfallen lässt. Heute ist es übrigens ein wunderschönes Wetter. Es ist relativ kalt. Wir haben, ja was heißt relativ kalt, minus zwei Grad. Ist erst mal kalt, ne? Und wir sind mal gespannt, was Achmed sich einfallen lässt.